Ich bin ein echter Gangster. Ich habe mal aus Spaß gerabbt. Peace out, ich bin draußen. Ich fick richtig gerne. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ficken, das ist es. Schön die alte weghauen. Bam, babam, Schläge muss gehen. Der Arsch muss klatschen. Die Eier müssen schön unten an die Fotze dran klatschen, Alter. Es ist einfach ein bisschen erotischer. Was quatschst du für Scheiße? Das ist halt so eine Sache. Das ist halt mein Ding. Ich feiere das ja auch selber, wenn ich so eine Sache mache. Denkst du, du bist lustig mit deiner verkackten Art? Nö. Mach mir was zu essen und danach gehst du putzen. So wie sich das gehört. Ich habe das Wort Porno-Rap. 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 Ich fick mich und halte deinen Maul. Das Kinderzimmer bleibt außer wie es ist. Zur Oberstadt. Zicke. Und gefällt dir alles oder gibt's dir irgendwas? Baby, uh. Diese Apfelgurken. Köstlich. Köstlich. Und was bekomme ich von euch? Nur Scheiße. 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 Und das ist der Wahrheit. Nein, jetzt rede ich. Ich bin sauer, weil es um unseren Einkauf geht, weil wir angeblich von ihr, man sieht hier, was er angesprochen hat. Nein, Wasser, Brütt, Putra. Es ist mein Haushalt. Wir führen den so. Stopp. Sonst kriegst du gleich einen auf den Schnauzer. Auf die Klappe. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird dir hier nichts dran hütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Weißt was? Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es hier nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Ich, 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 ich würde fest gleich in die Hose, in meine Hose Kaka machen. Nein, das ist doch nicht lauter. Bei uns ist der laute Ton gang und gäbe. Je härter das so... Richtiges Miststück. Kann da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ertlich. Ich, ich, ich. Was?